Hamza ibn Abed al-Muttalib war ein väterlicher Onkel und Gefährte des Propheten Mohammed, der früh den Islam annahm und ihn später bei seinen Kämpfen gegen die heidnischen Mekaner unterstützte. Er war Sohn von Abed al-Muttalib ibn Hashim und Hala Bintwueb. Leben Hamza begleitete Mohammed 622 bei der Heidschra nach Medine. Sieben Monate später im Ramadan des Jahres 623 wurde Hamza von Mohammed mit 30 Kamelreitern von den Muhajirun ausgesandt, um bei Sif Alba in dem Gebiet von Es eine Karawane der Kureish abzufangen. An der Küste stieß er auf Abu Dschal und 300 Reiter von den Mekanern. Als sich die beiden Parteien gegeneinander aufstellten, trat Matsch die IPNAMR von den Juayna, der mit beiden Seiten verbündet war, dazwischen, sodass man ohne Kampf abzog. Als Banner-Träger Hamzas bei dieser Aktion fungierte Abu Mazet al-Ghanavi. Hamza kam in der Schlacht von Uhud am 22. März 625 ums Leben. Ein abersinischer Sklave tötete ihn mit einem Sperrwurf. Rezeption In der islamischen Geschichtsschreibung wird er seit langem als Märtyrer verehrt. Der Prophet Mohammed soll auch gesagt haben, der Herr der Märtyrer ist Hamza ibn Abdul Muttalib. Anführungszeichen Hamza ist die Hauptfigur des persischen Epos Hamzanama, das als Serat Menak im 16. und 17. Jahrhundert nach Indonesien kam und dort besonders in der Version des Serat Menak Sasak bekannt ist. Belege, VGL, Leonen C. Tani, Annalie del Islam, BDI, Mailand 1905S, 422F, Digitalizei.